Menschenveracht, antidemokratisch, rassistisch. Die Verfassungsrichter haben der NPD heute den Spiegel vorgehalten. Und was die Partei da zu sehen bekam, war ihre hässliche, verfassungsfeindliche Fratze. Aber deshalb die NPD verbieten? Völlig unnötig. Denn die Freiheit zu denken, zu sagen, zu fühlen, was man will, genau diese Freiheit, schützt ja gerade unser Grundgesetz. In unserem Land begegnen wir Andersdenkenden in erster Linie nicht mit Verboten, sondern mit Argumenten. Dieses freiheitliche, demokratische Deutschland, das ist das Land, auf das ich stolz bin. Ein Land, dessen Fundament das Grundgesetz ist, das zwar ein Parteiverbot erlaubt, aber eben kein Gesinnungsverbot. Kein Verbot verfassungsfeindlicher Gedanken. Die darf man haben, die darf man äußern. Erst wenn eine verfassungsfeindliche Partei so stark ist, dass sie dieses freiheitliche Deutschland gefährdet, erst dann darf sie verboten werden. Dann kann es aber schon zu spät sein, warnen jetzt einige. Klar, stimmt natürlich. Aber deshalb hässliche Gedanken verbieten, die Meinungsfreiheit einschränken, das wäre schwach. Das wäre nicht demokratisch. Das wäre nicht das Deutschland, das ich kenne. Und so hat heute vor dem Bundesverfassungsgericht die Demokratie gewonnen. In Zeiten von Hass und Hetze haben die Verfassungsrichter ihr ein gutes, ein starkes Fundament bescheinigt. So stark, dass sich noch viele Verfassungsfeinde an ihr reiben können, ohne dass unser Land daran Schaden nimmt. So stark, dass sich noch viele Verfassungsrichter ihr ein gutes, ein starkes Fundament bescheinigt. So stark, dass wir ein paar Hände tun und wir uns hier tatsächlich tun. So stark, dass wir da sind und wir uns hier Tamamen haben, ohne dass unser Land grewsteht und zu betriten. So stark, dass wir uns hier PiS-2-1-2-2-2-3-4-2-2-4-5-3-4-5-4-4-5-4-4-6-5-5-5-5-5-6-5-6-6-7-5-5-5-6-7-7-5-7-5-5. Vielen Dank.